Wir hatten ein Familienzimmer mit seitlichem Meerblick. Anreise am 9. November 2018. Die Minibar wurde täglich nachgefüllt. Die neue Masche der Reiseveranstalter um Reisen zu verkaufen. Wer Geburtstage oder Hochzeitstage angab, erhielt diese Schleife. Hier wichtige Informationen zur Krankenversicherung. Das Animationsprogramm am Abend. Eine schöne Aussicht und Rundblick auf Siede und unserem Zimmer seitlicher Meerblick. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Aussicht am Abend Die Aussicht am Abend. Die Aussicht am Abend. Die Aussicht am Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wasserspiele vom Hotel Commodore gut zu sehen von uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wasserspiele vom Hotel Commodore gut zu sehen von uns. Eine recht bunte Mischung. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Rundblick bei Nacht. Am 10. November 2018 gegen 17 Uhr Blick auf Siede Der Spaziergang nach dem Abendessen Vor der Polizeiwache in Evrenseki Lichterspiel eines Treppengeländers Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020